Hallo, es ist Liga 2.4 mit einem neuen Video und heute geht es nicht um Fußball, denn wir haben einen anderen Sport und zwar geht es heute um Football. Ich war vor einer Woche beim Probetraining bei den Osnabrück Tigers. Das ist mein lokaler Footballverein, sprich es geht um American Football. Ich habe da eine Art Probetraining gemacht und noch eine Challenge aufgenommen. Heute gibt es das erste Video mit dem Probetraining, wie ich mich da angestellt habe. Ich habe einmal bei den Passfängern, den Passempfängern und den Passverteidigern sozusagen gespielt. Ich glaube, das ist für die Einfachen oder für die meisten, die sich nicht mit Football auskennen. Das sind im Prinzip die Leute, die einmal versuchen, den Ball zu fangen. Und bei den Linebackern habe ich auch mit trainiert oder etwas mitgemacht, ein paar Übungen. Die Linebacker sind dafür da, sowohl den Lauf als auch den Pass zu verteidigen, sprich wenn der Ball geworfen wird oder auch wenn der Ball dem Running Back, sprich einem Spieler, der hinter dem Quarterback steht und den Ball dann in seine Hände bekommt, um damit zu laufen. Die verteidigen das primär, aber jetzt zum Video. Ganz klassisch, wie bei jedem Sport, das ist auch hier damit angefangen, dass man sich erstmal warm läuft. Also, ab in der Reihe und loslaufen. Danach haben wir noch zum Warmmachen so diese Basic-Übungen gemacht. Liegestütze, Burpees, Dehnen, Hampelmänner, all so ganz simple Sachen. Danach haben wir noch ein paar simple Aufwärm-Übungen gemacht, wie hier so einen Tiefen-Gang für die Muskulatur, um wirklich richtig warm zu werden. Und könnt ihr bei allen Clips sehen, ich bin immer der Typ mit dem blauen Trikot, wo groß ne 53 draufsteht. Falls ihr mich nicht findet, das bin ich. Nachdem alle aufgewärmt waren, sind dann die einzelnen Spieler mit ihren Coaches in die eigenen einzelnen Positionsgruppen gegangen. Ich hab dann erstmal bei den Pass-Empfängern und Pass-Verteidiger mich gebracht, sprich den Wide Receion und den Defensive Backs, den Cornerbacks und Safeties. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das jetzt sind einfache Übungen, wo man als Passverteidiger so tut, als würde man die Routen, die die Passempfänger laufen. Sprich, die gehen 5, 6 Meter nach vorne, brechen dann nach links oder rechts ab und diese Routen wurden somit simuliert und dann wurde das Fangen des Balles, das Intercepten für die Defensive Spieler geübt. Oh Gott, man ist drück. Oh Gott, man ist drück. Oh Gott, man ist drück. Das ist auch schon, du kannst es, so, let's go. Let's go. Let's go. Komm, so Ballernbeck hier ist gut in den Armen, man. Ready, go. Let's go. Bei dieser Übung wurde jetzt mal ein richtiger Spielzug simuliert, sprich, beide Leute, die da standen, von denen einer musste den Ball fangen, der andere musste versuchen, es zu verhindern, dass der Ball gefangen wird, aber seht einfach selbst. Go. Los. Get. These people have been doing their job so far, so they can go the ball, 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 so they can go the ball. These people have been doing their job! They can go the ball! Später hat mich dann noch der Coach der Linebacker, der auch da mein Ansprechpartner war, der auch sehr nett zu mir war, mich dann noch zu den linebacker mitgenommen zu zeigen wie sich die jungs mit den richtig mit den pets sich gegeneinander gegen die köpfe gehen und sich tacklen und da konnte ich dann auch noch ein paar leichte übungen machen das seht ihr jetzt ja und und ja 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 Direkte Ausgleich bis rechts. Hey! Go! 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 Okay. Genau, wir pauschen. Also bisher einmal da hinten die Wide Receiver Drills und die Linebacker Drills. Es ist tatsächlich anstrengend, erst da hätte ich eine Runde einlaufen, beim Fußball mache ich fünf so. Es hat aber auch schon was, so einen Typen, oder so einen Sack da oben zu tacklen, anstatt nur so einen Gegner, der sich vorher gefordert hat, umzuschubsen. Bin gespannt, was noch kommt, es bockt sehr. So und das war es auch schon mit dem ersten Video zum Thema Football. Es kommt noch ein weiteres Video auf euch zu, diesmal ist es eine Challenge, das ist etwas, was nicht so oft bei meinem, oder auf meinem Kanal passiert, was es nicht so oft gibt. Deswegen würde es sich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lagt. Es war tatsächlich mehr Arbeit als die meisten sonstigen Videos, ich habe da auch ziemlich lange lang geschnitten. Und abonniert diesen Kanal, um auch die nächste Challenge nicht zu verpassen, ansonsten, wer die generell interessierten Fußball seid, seid ihr glaube ich auf meinem Kanal genau richtig. Deswegen abonniert diesen Kanal, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch noch oben da und ciao. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.